ja hallo zusammen herzlich willkommen zu einer neuen folge von einem auspack video und ich freue mich sehr dieses paket hier auspacken zu dürfen es ist meine neue kamera die ich in all meinen neuen videos benutzen werde und zwar ist es die zoom q8 ich habe bereits ein auspack video gemacht aber dann habe ich festgestellt dass ich fehler gemacht habe und deswegen sieht dieses paket hier ein wenig kaputt aus aber das ist dann halt eben so der fall okay jetzt gucken wir mal was in dem paket drin ist also ich habe dieses paket geöffnet und als erstes sieht man natürlich die bedienungsanleitung also hier haben wir den windschutz den brauche ich nicht also tue ich das mal eben weg also hier haben wir ein weiteres teil was ich nicht brauche und deswegen kommt das weg weil ich montiere die kamera so oder so etwas anders auf das stativ also hier haben wir einen speziellen adapter für die linse vom q8 den werde ich natürlich draufstecken und benutzen also hier haben wir noch nur schnur oder was auch immer das sein soll aber die brauche ich nicht deswegen kommt sie weg also hier haben wir das usb kabel das kann ich vielleicht gebrauchen und ich werde es auch behalten aber mal schauen was ich damit anstelle also ich haben wir die batterie des q8 und so sieht die batterie also aus aber hier haben wir noch den linsenschuss bzw deckel für die q8 ja also hier haben wir die q8 das ist also diese kamera also so sieht das ganze paket ausgepackt aus und die kamera ist jetzt einsatzbereit das ist das ganze mal gut ich hoffe du haben die Video gefallen und bitte schreibt mir, ob du oder nicht gefallen und du bist dieses Video gefallen oder nicht ich möchte es wissen, also please comment this video alright that's it not really for today because some other videos will be coming up today but thanks for watching thanks for subscribing and we'll see us in the next videos bye bye ja ich hoffe euch hat dieses video gefallen lasst es mich doch in paar kommentaren wissen also wenn es euch gefallen hat dann kommentiert bitte dieses video ansonsten will ich sagen vielen dank fürs anschauen vielen dank fürs abonnieren macht es gut bis zum nächsten video ciao